Der FC Bayern macht ernst auf dem Transfermarkt und ist mit dem großen Umbruch wohl noch lange nicht fertig. Ein Jahr ohne Titel hat in München drastische Folgen, das kann Thomas Tuchel bestätigen. Aber nicht nur auf der Trainerbank findet sich mit Vincent Kompany ein neues Gesicht wieder. Auch am Personal wird ordentlich gearbeitet. Den weiteren Bayern-Plan zeigen wir euch heute endlich mal wieder mit einem Transfer-Special. Den Anfang machte Hiroki Ito. Der Linksfuß kam für 23,5 Millionen Euro vom Vizemeister VfB Stuttgart und besticht vor allem durch seine Flexibilität. Bei den Schwaben spielte er sowohl als linker Innenverteidiger in Vierer- und Dreierketten als auch als Linksverteidiger. Nur wenig später dann der erste von zwei Transferkrachern, Michael Olysee. Der Franzose aus London kostete ganze 53 Millionen Euro, gilt aber auch als großes Talent und konnte sein Können schon in der Premier League unter Beweis stellen. Dank ihm könnte es für den ein oder anderen Flügelspieler im Kader in Zukunft eng werden. Mit Joao Palinha kommt außerdem der absolute Wunschspieler aus dem vergangenen Sommer. Damit hat der FCB endlich die gesuchte Holding Six gefunden. Laut Opta war kein Premier League-Spieler in der abgelaufenen Saison erfolgreicher bei Tacklings als er. Und das mit riesigem Abstand. Mit 159 lag Palinha 50 erfolgreiche Tacklings vor Platz 2. Klar, dass diese Werte auch was kosten. Insgesamt kommen die Bayern mit den Transfers von Brian Zaragoza, Nestor Iarankunda und Amindo Sieb auf Transferausgaben in Höhe von 145 Millionen Euro. Dazu arbeiten die Bosse noch an weiteren, teils teuren Deals. Fabrizio Romano berichtete beispielsweise, dass der FC Bayern täglich bei Xavi Simmonds anrufen würde, um einen Deal zu finalisieren. Als Alternative gibt es auch weiterhin Kontakt zum Leipziger Dani Olmo, der bei der EM als bester Scorer glänzt. Um Jonathan Tag gibt es ebenfalls seit langer Zeit Gerüchte. Der Transfer zieht sich aber aufgrund der hartnäckigen Forderungen von Bayer Leverkusen. Die Werkself behaart wohl auf rund 40 Millionen Euro Ablöse bei nur einem Jahr Vertragslaufzeit. Insgesamt ein heftiges Pfund an Ausgaben und möglichen Ausgaben, dem mit Malik Thielmann bisher nur ein fester Abgang entgegensteht. Aber nicht mehr lange. Matthias Delicht hat wohl schon früh die Freigabe für einen Transfer bekommen. Manchester United ist der konkreteste Kandidat. Und die Teams nähern sich laut Fabrizio Romano und Sky im Bereich der 50-Millionen-Marke an. Auch auf den Flügeln kommt Bewegung ins Spiel. Mit Leroy Sané und Kingsley Coman dürfen zwei Spieler gehen, deren Marktwerte zusammen die 120 Millionen knacken. Einen Abnehmer gibt es bisher aber nicht. Auch Serge Gnabry dürfte bei einem passenden Angebot gehen. Will aber gar nicht. Für alle drei ist der Markt aufgrund des hohen Gehalts und vielen Verletzungen nicht gerade einfach. Eine gute Nachricht ist aber, der FCB verdient auch an einem potenziellen Sirksee-Transfer mit. Manchester United schnappt sich den Stürmer laut Romano für rund 40 Millionen Euro. 50 Prozent davon fließen dabei wegen einer Weiterverkaufsbeteiligung nach München. Der Umbruch bei den Bayern ist klar erkennbar. Im Schatten der EM basteln die Bosse am Kader der Zukunft und scheuen sich dabei auch nicht vor großen Investitionen. Fertig ist man auf dem Transfermarkt, aber eben noch lange nicht. Wir sehen uns beim Nachricht. In der planner ist es ist durch modually ein Thema, von存 sağ Salesforce. Will Anschluss mit einem Kader der Fröhren Vayner gonna rekommend. doubte A, wie ist das? Buss bis zum nächsten Mal. Wir müssen das Thema mit dem Quadrat kepragens, ja, ja. Wir sehen uns beim Hydraulischen verbieten %. Und Lewis-An��.